Wir werden uns da in den Witterungsbedingungen holen. Wir werden hier nochmal eine Viertelstunde abwarten, ob sich die Warte etwas bessert. So lange können wir ruhig mal Platz nehmen. Unsere Kafelle wird uns etwas mit Musik unterhalten. Und sofern es nicht besser wird, wenn wir das Recht nicht gegeben haben, abzahlen. Das ist einfach wichtig. Das ist einfach wichtig.